hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen runde terano üben mit euren rob gegen dem flash man im platin match mit mein diabeton ist aber nur als terc als terano bin ich gerade mal platin 2 2 ja aber mit abgerutscht eigentlich schon in drei denn die letzten spiele richtig gut verloren da kommt man auch nicht weiter gg ok gg der bin ja mal gespannt was kommt da muss ich scouten er gleich die schreibt da bin ich ein bisschen vorsichtig da kann sonst sonst was kommen und ich möchte ein bisschen abgesagt sein vielleicht gegen die ball in oder was auch immer da kommen möge so gas nämlich nicht gas erst nach barack und dann muss ich mich dann bald entscheiden ob double barracks eröffnung oder nicht den können wir noch nehmen so jetzt wird ein paar gas weiterer bbf hier ist offen ok er hat schön gut geburt nehmen wir noch eine barrack dazu seine barrack kommt etwas später ich habe kein gas weiter genommen das ist aber ok es könnte gerade so noch ausgehen mit dem gas ein bisschen später wird es werden so satelliten zentrale kommt der erste reaper kommt seiner kommt viel später das ist schon mal sehr gut oder was heißt viel später ein bisschen ne und er ist halt nicht dicht so noch ein beeper in den moodle schmeißen bbf bauen und natürlich dann vorne dicht machen und mit den drei moodle dann probieren so viel damage machen wie möglich am besten nichts verlieren so du hierhin gas haben wir genommen mule kommen depot kommt wir brauchen jetzt als nächstes fabrik tech lab hier kommt dann auch ein teclips und dann nach der den holen wir uns auf jeden fall tech lab dran das nehmen das dazu ach er kommt bei mir da hoch und ich bei ihnen dann auch oder wie keine ahnung so dann nehmen wir marines dazu ich höre das ist erweiterung fertiggestellt abmarschbereit kann es kaum noch erbauen was springt dabei aus ok hat er abgewehrt wir bauen weitere marines aber wir haben schon eine echse das ist nicht so toll hat er als anlitten zentrale hat er gehabt 1 0 dazu starport dazu nicht genügend mineralien mal ein tank könnten wir noch nehmen aber wir brauchen erstmal nur ein depot ja ein bisschen damage habe ich gemacht aber es war zu wenig aber ich weiß er hat helien gebaut ok das passt nicht reinkommt er auf jeden fall nichts kann man vergessen 1 0 ist gleich durch ich baue jetzt hier mit absicht tech lab denn ich will ja eigentlich auf kreuzer gehen nur so dass wir das halt noch nicht mitkriegen ich bin abgeschlossen nicht jetzt geht's rund durchgeladen erweiterung fertiggestellt bbf einsatzbereit ich habe dennoch bekommen sehr gut nicht genügend Mineralien mehr davon bauen ihr dahin du dorthin dann benji clock erforschen dann benji clock erforschen wir benji bauen und selbst gegen benjis absichern nicht hoch mit dir runter mit dir einfach tank drop tank drop verteidigt dann wieder alle hoch 1. Benji kommt. 2. Benji kommt. Ins Gas, ins Gas, ins Gas, ins Gas. Du brauchst hier weiter. Dankeschön. Habe ich nur ein Tank? Das ist ein bisschen wenig. So, dann haben wir jetzt Club Benji. Und fast alle Marines sind kaputt. Fusi Reaktor. Und Upgrades. Und dann gucken wir mal rum. Mal irgendwas machen können. So, auf jeden Fall noch ein Tank. Tanks können wir immer gebrauchen. Kommt der Fusionsreaktor? Ja, da kommt. Die Post wäre nicht schlecht. Noch ein paar Post dazu. Wo ist noch ein Untätiger? Hier können noch jemand mit ins Gas. Und da noch mit. Auf geht's. 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 Okay, er sieht, ich hab wenig, ne, dann würde er gleich ein Go machen. Nicht genug Gas. Die benötige Weitere geht los. Bestätigt. Generallaufbahn. Verstanden. Jawohl. So, jetzt weißt du, wir haben Kreuzer. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Dritte. Und eine Vierte nehmen wir auch gleich mit dazu. Ein paar mehr Depots. Noch ein Starport. Fahrzeugbooten, was man mich ja vorstellt. Sehr gut. Sehr, sehr schlau von mir. So, dann gucken wir mal da lang. Die beiden sind auch gleich fertig, dann können wir schön gemütlich weiter exen. Das dazu, damit hin. Können wir uns hier noch ein bisschen absapen. Hoch mit dir. Runter mit dir. Noch ein paar mehr Depots. Ja, Placement, ne? Für den Arsch, scheißegal. Ja, bestimmt schon die Dritte. Ich bin so schlecht, als daran habe ich das Gefühl, zumindest. Zuerst habe ich nur noch daneben geschmissen. Ich bin schlecht. Sie wünschen. Nicht genügend Miraya. Ich hatte noch keiner. Da fängt er gerade erst an. Hier auch. Auf dem Weg. Wird gemacht. Generalgenfeld erschöpft. Verständlich. Upgrade durchgeführt. So. Ne, du, du hoch. Und los geht's. Hallo. So. Dahin. Du, dahin. Wir brauchen viel mehr Gas. Ach, wirklich? Was gibt's? Definitiv. Lauter. Was ist das Ziel? Nur zu. Nicht genug für Spin-Gas. So, Upgrades, noch mehr Upgrades. Nicht genug für Spin-Gas. Was gibt's hier noch für Upgrades eigentlich? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, gibt's nur 1, 1, 1. Was wichtig hat? Verstanden. Nicht genug für Spin-Gas. So, mehr Kreuze, immer mehr Kreuze. Wir brauchen immer mehr Gas. Gas ist ganz wichtig. 12 und 12. Hier können noch welche weg. Wir brauchen die Flotte. Wer hat die Flotte gerufen? Wer hat die Flotte gerufen? Wer hat die Flotte gerufen? Nicht genug für Spin-Gas. Nicht genug für Spin-Gas. Nicht genug für Spin-Gas. und gas brauche ich aber also gas muss ich nehmen hier haben wir genug gas werden wir mit ein paar marines vorsneaken ob er da schon exakt vielleicht da noch keine die wurde genommen haben erweiterung fertig gestellte erweiterung fertig gestellte warum nicht ach wirklich wer hat die flotten gucken wir mit meinen kreuzern jetzt vor nicht genug wespin gas nicht genug wespin generalienfeld erschöpft so jetzt haben wir nicht mehr genug gas da haben wir jetzt schon vier drin kaputt machen weg fliegen und tschüss ja kommander wird gemacht was auch immer wer hat die flotte gerufen bestätigt jawohl wer hat die flotte gerufen wer hat die flotte gerufen ist wer hat die flotte gerufen ist der der Oh, da hab ich schon genug Kreuzer. So, die nehmen wir ihn raus, hier brauchen wir weitere Marines. Kreuzer, Komo, noch mal. So, da haben wir das Spiel wohl gewonnen. Einfach über Kreuzer und da kannst du drüber fliegen, die können schießen. Nee, das ist so brutal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, euer Rob.